Hallo YouTube und recht herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Far Cry 4. So, es wäre wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, was ist denn unser aktuelles Ziel? Oh, 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 oh. Wir haben noch 6 Punkte übrig. Ähm, mal kurz gucken, wo wir die mal reinbuttern. Ketten-Takedown. So, das haben wir. Atemkontrolle erhöht deutlich die Zeit, die Blablabla... Äh, ja, ich bin da gerade ein wenig überfordert. Zusätzlich zur normalen Wirkung erleidest du jetzt auch weniger Schaden durch Gegnerische Kugeln. Okay, gut, mit den Spritzen allgemein zocken wir ja eher weniger. Äh, bis gar nicht. Äh, dann lassen wir das Ganze einfach erstmal so... Und wir gucken jetzt mal, was wir denn jetzt als nächstes hier machen können. Haben wir denn aktuell... ...ein Missionsziel? Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Denn wir haben die Arena von Chanath in der letzten Folge ja erfolgreich hinter uns gelassen. Dann sollten wir jetzt einfach mal nachschauen. Entweder machen wir für Amita weiter oder... Äh, für... ...Longinus. Und dann überlegen. Ich glaube aber, wir werden jetzt hier einfach mal im Kampagnen-Modus ein bisschen weitermachen. Sprich, wir werden... Entschuldigt, da habe ich einen kleinen Frosch im Hals. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Wir werden für Amita definitiv jetzt erstmal weitermachen. Mal schauen, was gute Dame denn für uns hat. So, die Jungle hier erstmal raus. So, die Munition ist voll. Wir haben unser Sniper und... Jawoll. Fette Knarre. So. Wir werden fix den Weg hoch. Wie gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Amita. Komm, wir reisen einfach mal auf den Elefanten hier weiter. Ein paar kleinen Tacken Schnellheit, glaube ich. Ja, die sollte man natürlich nicht wegmähen. Also, schön ausgewichen. Schön ein paar Elefanten hier rum. Das ist ganz cool eigentlich. Wir haben viel zu wenig mit den Elefanten eigentlich gespielt. Denn das ist ja eine große Neuheit in Far Cry 4, das mit den Elefanten. Und, ähm, ja, haben das eigentlich im Endeffekt gar nicht so wirklich richtig genutzt. Schade eigentlich. Aber ich sag mal, das Spiel ist ja auch noch nicht vorbei. Wir haben noch einiges vor uns. Ich hatte vorhin gesehen, als ich Far Cry 4 gestartet hatte. Wir haben gerade mal gute 40% hinter uns. 39 paar kaputte hatten wir. Ähm, da muss ich dann mal schauen. Wir versuchen dann einfach mal mit einem Messer zu killen. Wobei der uns hier gerade ordentlich zusetzt. Okay, dann mussten wir jetzt doch einfach mal ein paar Kugeln in ihn reinbuddern. Mehr oder weniger. Soll uns aber auch nicht stören. Mal kurz gucken, was die gute Dame noch für uns hat. So. Das haben wir alles. Und dann würde ich, äh, kommen wir dann jetzt hier zu Amita. Ach, da. Was hast du dir gedacht, AJ? Sag nein zu Drogen? Ist es etwa das? Diese Felder, die du verbrannt hast, waren nicht nur Drogen. Sie waren Bücher, sie waren Medizin. Wir hätten ein Krankenhaus bauen können. Aber nein, Sabal sagt, Drogen sind schlecht und du fackelst einfach unsere ganze Zukunft ab. Ich glaube nicht das. Och, verzeih. Hatte ich kein Recht zu reden? Sollte ich mein Haupt beugen und hinter dir herlaufen? Du kanntest ja das Kürat vor dem Krieg nicht. Ich war sechs, als meine Eltern mir sagten, dass ich heiraten soll. Sechs! Das ist die Welt, die Sabal vorschwebt. Ich sag nur... Hör zu, Sabal ist nicht wirklich, was er vorgibt zu sein. Wenn er so um seine Tradition besorgt ist, warum bat er dich nicht, die Statuen von Kyra zu schützen? Die was? Die Statuen von Kyra. Paul versucht sie zu zerstören, als Teil seines Plans das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen. Das ist das Letzte, was wir brauchen können. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber ich meine, dass die gute Amita durchaus sauer ist auf uns, das war mir schon klar. Aber jetzt mit den heiligen Statuen von Kyra und keine Ahnung, was hier alles jetzt abgeht. Und lügt sie uns eventuell einen vor? Oder ist es wirklich Sabal, der uns einen vorlügt? Oder uns etwas vormacht? Ich weiß es nicht genau. Kommen wir da oben jetzt direkt so hoch. Schaut mal. Wird aber wahrscheinlich zu hoch sein. Zu weit sein. Das heißt, wir müssen uns irgendwo hier an der Seite hochhangeln. Erreiche die schlafenen Heiligen. Okay. Wir sind auf dem Weg dorthin. So. Jetzt nach da rüber. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier dorthin müssen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo stehen wir? Wo stehen wir? Okay. Wir stehen hier gerade. Kommen wir da oben jetzt? Okay. Da oben kommen wir jetzt wieder dran. Das ist sehr gut. Okay. Wir gehen einfach dort hinten hoch. Na, komm schon. Kletter jetzt hier hoch. Alter Falter. Alter Falter ey. So. Dann wollen wir mal hier. Boah. Ach du heilige Scheiße. Wenn es teuer aussieht. Nehmt es. Da oben haben wir einen Sniper. Nehmt einfach was geht. Wir haben keine Zeit mehr. Die Verbellen kämpfen für Götter. Schon in der Fall. Den hält man ja nicht aus. Ich sollte die eine verpassen. Jetzt erstmal hier alles abchecken. Das hängen wir natürlich auch genau vorne am Eingang hier. Das ist richtig übel. Das wäre natürlich jetzt sehr von Vorteil wenn wir. Sie mal hier so langsam aber sicher alle weg snacken. Hoffnung nur dass der Sniper uns jetzt nicht sieht. Wenn wir jetzt hier her gehen. So. Das haben wir. So. Den Sniper den haben wir weg. Wird aber jetzt wahrscheinlich trotzdem richtig übel werden. Okay. Die haben uns gesehen. Hinter uns. Jetzt geht die Scheiße. Ach du. Kacke alter. Okay. Ich mache. Boah. Ich bin gerade völlig überfordert hier. Merkt ihr bestimmt schon. Ich mache mich jetzt auf den Weg erstmal zum Zinder hier oben. Das wir erstmal den Zinder irgendwie deaktiviert kriegen. Aber er mit seiner hässlichen Machete ist auch noch hinter uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Reißt dir die Gitarre. Du reißt mir gar nichts heraus. Nein. So, jetzt weiter hier hoch. Immer weiter hoch, immer weiter hoch. Muss echt jetzt Hackengas geben hier. Ach, da ist eine Treppe. Okay, hier müssen wir hoch. So, hier ist der Zünder. So, jetzt müssen wir die Statue noch verteidigen. Boah, es wird echt nicht einfach, glaube ich. Na komm schon, fall um, fall in den Dreck. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern wir hier was beschützen müssen. Oder wo, oder wie. Okay, der ist weg. So, hier, warte mal. Hier vorne, da war doch gerade auch noch irgendwo einer, glaube ich. Ja, ja, du holst dir gar nichts. Boah, Alter. So, jetzt noch mal nachladen hier. Ich bin gerade echt total hektisch hier. Okay, da ist deren Verteidigung. Oder Verstärkung auf jeden Fall. Wir warten einfach hier oben. Wobei, da ist auch ein fetter Rocket Launcher. So, zack. Da gehen euch die Lichter aus, ihr Flicker. Ja, ja, das werden wir jetzt sehen, wer hier stirbt. Jetzt kommt hier immer mehr Verstärkung von denen, oder was? Boah, wo kommt er denn her? Boah, du Scheiße, da kommen immer mehr, ey. Ja, wir stoßen jeden Moment zu euch. Ich könnte auch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen hier. Definitiv. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier alles alles so richtig mache. Ja, super. Erstmal schön versenken, äh, versicht hier. So, den haben wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch mal heilen hier. Boah, ist das übel, Alter. Das Game wird immer schwerer. Ja. Er rennt hier auch wie Rocke rum, Alter. Boah, da hat er mir allen mit der Knarre mitgegeben, du Ficker, Alter. So. Erledigt. Danke dir, Bruder. Kürat verdankt seinen Namen diesem Statuen. Jetzt ist es Zeit, die Feuer zu entzünden. Das folgt daran zu erinnern, dass Tyra über sie wacht. Sabal, wie soll ich denn zu den Feuern da hochkommen? Klettern, Bruder, klettern. Klettern, ihr habt es doch nicht mal alle.